In dem heutigen Video lernst du meine aktuelle Nasdaq-Progröse kennen, wie jede Woche Freitag. Schauen wir uns den Nasdaq ganz, ganz genau an. Auf dem Wochenchart beginnen wir mit einem Stärke-Schwächenvergleich zwischen den anderen Indizes. Und dann werden wir auf den Tageschart gehen und auch für die Daytrader bzw. Intraday-Swingtrader das Volumenprofil ganz am Ende anschauen und die relevanten Levels ableiten. Denn es ist super, super spannend. Ebenfalls schauen wir uns den Wichs an, die Volatilität, denn irgendwas passiert hier aktuell in den letzten Wochen. Und diese Kraft, die wird sich in den nächsten Wochen entladen. Und das ist sehr, sehr spannend. Bleib also unbedingt dran bis zum Schluss und verpasse hier kein Wissen. Wenn dir mein Content gefällt, dann lass mir super gerne ein Like da, schreib mir auch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich freue mich sehr darüber, denn damit hilfst du mir und unterstützt mich hier, diesen Kanal weiter zum Wachsen zu bringen. Denn das mag der YouTube-Algorithmus sehr, sehr gerne. Und das ist natürlich auch mein Anliegen hier, mein Wissen, möglichst vielen Tradern zur Verfügung zu stellen. Also, los geht's und wir fangen an mit dem Wochenchart. Und wir sehen hier den Nasdaq im Wochenchart. Und wir sehen, ja, schon die dritte, vierte Woche mit so Mini-Kerzen. Kein neues Allzeit-Hochs. Wir bleiben irgendwie, stecken drei Prozent unterm Allzeit-Hoch hier. Diese Mini-Kerzen, was ist da los? Es fehlt das Momentum in den Momentum-Aktien, in den Wachstums-Aktien. Denn, schauen wir uns die anderen Indizes an, der ganz der Vorreiter ist der Dow Jones. Der Dow Jones hier zwei kleine Kerzen und dann eine weitere impulsive Wochenkerze nach der anderen. Auch diese Woche wieder neue Allzeit-Hochs. Genauso wie der S&P 500. Der S&P 500 auch diese Woche neue Allzeit-Hochs markiert. Grüne Wochenkerze, die wahrscheinlich auch genau so schließt, wie sie aktuell ist. Nämlich positiv und an ihrem aktuellen Höchststand oder nahe dem Allzeit-Hoch. Das sind bullische Zeichen und das Einzige, was hier fehlt, ist, dass der Nasdaq jetzt auch mal bullisch hinterherkommt. Und das ist das Problem, was wir aktuell haben. Denn normalerweise sind die Momentum-Aktien die Vorreiter für impulsive Bewegung. Und das sehen wir aktuell nicht. Schauen wir uns kurz den Wirtschaftskalender an, was für nächste Woche auf dem Plan steht. Und dann werfen wir gleich noch einen Blick auf die Volatilität und schauen an, was denn da eigentlich los ist. Der Wirtschaftskalender hier für nächste Woche. Wieder nichts wirklich Relevantes auf den amerikanischen Wirtschaftskalender. Arbeitsmarktdaten am Donnerstag. Wieder Home-Sales, Durable Goods, Existing Home-Sales am Mittwoch. Aber keine wirklich relevanten News. Sehr, sehr wenig los hier vor den US-Wahlen und natürlich auch vor dem nächsten FED-Meeting. Das heißt, wahrscheinlich wird dieser Grind nach oben, diese Aufwärtsbewegung, die langsam, immer langsamer wird, sich weiter fortsetzen, eventuell verlangsamen. Und das, was wir dann sehen wollen, ist eine Sektor-Rotation, nämlich von den Finanzwerten beispielsweise, wieder in die Technologiewerte. Also von den Unternehmen, die im Dow Jones vorwiegend sind, in die Wachstumsaktien. Als nächstes zeige ich dir die WIX-Terminstrukturkurve. Und diese siehst du hier unter WIX-Central. Die WIX-Features, das ist die Volatilität. Und diese, die zeigt eine ungewöhnliche Formation, denn diese ist schon seit einem Monat, seit dem 18.09. hier in Backwardation. Das heißt, die ersten beiden Kontrakte haben eine Backwardation. Der erste Kontrakt hat einen höheren Preis als der zweite Kontrakt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Liegt wahrscheinlich an der US-Präsidentschaftswahl. Aber so richtig kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Denn es sieht ja mehr und mehr so aus, als wenn diese US-Präsidentschaftswahl schon mehr oder weniger entschieden ist. Auch die Swing States haben hier in den Umfrageprognosen deutliche Anzeichen, dass Donald Trump neuer Präsident wird. Wir werden sehen, ob das wirklich so kommt. Allerdings ist das hier eine Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, die ist schon seit einem Monat hier in den Märkten zu spüren. und ist unter anderem hier im Nasdaq sichtbar. Das Einzige, was hier in den nächsten Wochen natürlich vor der US-Präsidentschaftswahl nochmal für positive Impulse in den Technologiewerten sorgen kann, das sind natürlich die Earnings. Wir sind jetzt wieder in der Earnings-Saison und da schauen wir uns das nochmal an. Hier diese Woche hat Netflix gestern Earnings vorgelegt nach Börsenschluss und diese waren deutlich positiv. Es gab eine Überrechung, Netflix auf neue Allzeithochs katapultiert. Und schauen wir uns mal, was denn nächste Woche auf dem Earnings-Kalender steht. Das sehen wir hier. Wir beginnen ganz ruhig. Texas Instruments. Okay, wird schon mal ein Vorreiter sein für die Chip-Hersteller. Aber dann am Mittwoch nach Börsenschluss und das wird ein Bewegungsmagnet sein oder eine Aktie, die Bewegung hier bringt. Tesla. Tesla wird letztendlich als Vorreiter für den Konsummarkt gelten. Wir werden sehen, ob Tesla seine Absätze schon ankurbeln konnte und ob dementsprechend hier die Zinsen, die gesenkt wurden, schon die Autoverkäufe ankurbeln konnten. In den USA, auch in Europa wurden die Zinsen gesenkt. Und ich bin gespannt, ob hier Tesla die Investoren am Mittwoch überraschen kann und dann natürlich auch hier positives Momentum wieder in die Technologiewerte bringen kann. Natürlich die Hauptschwergewichte, die sind dann eine Woche später, nämlich hier mit Google am Dienstag, den 29., Microsoft am 30., Facebook am 30. und dann natürlich Apple am 31. Oktober. Also diese hier, also alle noch vor der US-Präsidentschaftswahl. So, und jetzt schauen wir uns noch mal genauer den Chart-Check an und dafür werfen wir einen Blick auf den Daily Chart. Und hier sehen wir letzten Endes schon das Problem, was wir im Nasdaq sehen. Das Momentum ist uns ausgegangen. Wir hängen hier auf dem Tageschart hier fest, wir hängen hier fest und jetzt hängen wir hier schon wieder fest. Wir kommen nicht so richtig weiter. Das Momentum ist ausgegangen und dabei fehlt ja nicht mehr so viel bis zum Allzeithoch. Nur mal ein richtiger Push. Hier zwei, drei, vier Prozent bis zum Allzeithoch. Allerdings, das bleibt aktuell aus und das ist natürlich auch jetzt die Frage, wie es weitergeht. Schaffen das die großen Marktteilnehmer nächste Woche, zum Beispiel durch überraschende Earnings durch Tesla, hier keine Bewegung, also positives Momentum reinzubringen, dann ist es natürlich etwas schwieriger für den Nasdaq. Und eventuell gibt es dann noch mal eine Korrektur. Und diese Korrekturen, die schauen wir uns hier mal an, die Levels, die können wir gleich auch noch mal im Volumenprofil ableiten. Das untere Level, was wir hier aktuell haben, das liegt bei 19.600, 19.650 hier in diesem Bereich. Wenn wir es nicht schaffen, die Tiefs vom Mittwoch zu halten, wenn die Tiefs vom Mittwoch, den 16. Oktober, hier nach unten mit Momentum, mit Bewegung gebrochen werden, dann geht es hier weiter abwärts. Und wir sehen noch mal eine Korrektur unter diese vorigen Tiefs, eventuell sogar unter die Tiefs vom 16. September. Und das wäre dann sozusagen eine Marktbereinigung eventuell und zeigt letztendlich dann auch die, oder wird der angestiegenen Volatilität gerecht. Denn schauen wir uns hier eine Sache an. Wir sehen hier diese Hochs und wir sehen hier diese Hochs, die ja jeweils im S&P 500 neue Eishatthochs waren. Und wir sehen hier, wenn wir einen Blick auf den Wichs werfen, der Wichs, der macht höhere Kurse, der notiert höhere Kurse, das heißt, dieser Anstieg der Volatilität, der ist etwas beunruhigend. Normalerweise sinkt die Volatilität mit steigenden Preisen. Und das ist das Problem, was wir aktuell haben. Die Volatilität, die steigt kontinuierlich an. Sie ist nicht mehr so richtig gefallen nach diesem Wohler-Spike am Montag, den 24. August. Sie ist auf einem erhöhten Niveau natürlich etwas Schönes für Optionsverkäufer. Allerdings ist das hier eine Unsicherheit an den Märkten. So, natürlich sollte diese Range nächste Woche nach oben durchbrochen werden, weil die Märkte einfach weiter nach oben pushen im S&P 500, im Dow Jones. Dann wird natürlich auch der Nasdaq diese Range hier nach oben verlassen. Sollten wir dann Kurse überhalb des Donnerstags vom 17. Oktober sehen und auch darüber schließen, dann wird wahrscheinlich hier diese Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Am Mittwoch noch mit überraschenden Tesla-Zahlen untermauert. Dann sehen wir eventuell nächste Woche ein neues Eisertuch im Nasdaq. Allerdings bin ich mir da nicht so ganz sicher aufgrund der angestiegenen Volatilität und der sonstigen Dinge, die wir hier in den US-Indizes sehen. Schauen wir uns jetzt nochmal das Volumenprofil an. Und hier sehen wir im Volumenprofil auch natürlich die großen Levels. Wir sehen hier unten diese Value Area, die ist ein sehr, sehr großer Magnet immer noch. Und wir sind jetzt zwischen diesen zwei Value Areas stecken geblieben. Das ist die Value Area aus der Vergangenheit unter dem Altertuch. Diese hatte ich in dem letzten Video als Ziel genannt. 20.800 waren hier eine Zielzone, aber die haben wir nicht erreicht. Wir sind in der Mitte stecken geblieben. In der Mitte zwischen diesen beiden Value Areas stecken geblieben. Es ist dem Nasdaq förmlich die Luft ausgegangen, das Momentum ausgegangen. Und das ist hier letzten Endes natürlich auch kein positives Zeichen. Das heißt, wenn es hier, ja, wenn jetzt das Momentum nicht weiterkommt und wir die Donnerstagshochs nicht überschreiten, dann gibt es hier eventuell nächste Woche einen Rückfall auf die 19.950. Und dann, wenn wir natürlich weiter auch Abwärtsmomentum haben durch eventuell Tesla, die natürlich nicht überzeugen können oder sonstige negative News aus dem Nahen Osten und so weiter, dann geht es natürlich hier auch nochmal auf die Preislevel von 19.660, 19.580 auf der Unterseite. Das sind hier natürlich auch durchaus mögliche Levels. Genau, das heißt, das ist hier beides möglich für die kommende Woche. Dadurch, dass es diese Woche hier im Nasdaq wirklich keine neuen Impulse gab, der Markt, der wartet so ein bisschen auf neue News, der wartet eventuell auf die Earnings und möchte hier letzten Endes, ja, wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten belegbare Resultate sehen, dass wir hier Richtung neue Allzerthochs auch im Nasdaq marschieren oder natürlich nochmal einen Sell-Off gibt und wir dann diese neuen Allzerthochs erst später erreichen werden. Wenn dir diese Analyse gefallen hat, dann lass mir super gerne ein Like da, abonnier den Kanal und schreib mir auch gerne einen Kommentar unter das Video. Wenn du im Trading auf das nächste Level kommen möchtest, dann schau dir gerne meine Webseite an. Dort gibt es auch sehr, sehr viele interessante Dinge zum Investieren, Aktienauswahl und so weiter. Im Blog habe ich viele, viele interessante Artikel geschrieben. Schau dir super gerne meine Webseite an und bleib unbedingt dran im Trading. Wir sehen uns im nächsten Video.